Jo, willkommen zurück. Eine Sache, die mir eben gerade noch aufgefallen ist, als ich aufgelistet habe, was wir so alles in der Zukunft machen könnten, wäre die unterste Linie unserer Basis. Ist wieder nur eine optische Sache, also nichts wirklich Wichtiges. Aber der Zipfel da stört mich. Ich kann den allerdings nicht wegmachen, richtig? Also ich weiß, es gibt dieses Sprengding. Auch wenn das eigentlich hier irgendwo sein müsste, die siehst gerade nicht. Und der Sprengding war woanders. Also es gab ein Ding, damit könnte man Wasser machen. Also ein Loch machen. Das Problem ist nur, es hat recht viele Ressourcen gebraucht und es hat, glaube ich, nicht so viel gemacht. Nee. Also es wäre halt schön, alles hier unten auf einer Höhe zu haben. Aber ja, das ist eine optische Sache. Dann die Seen auffüllen, das ist noch eine optische Sache. Kann aber soweit warten. Das heißt, ich denke, ich kümmere mich jetzt darum... zu warten, dass die einen Kontos kommen. Das dauert so lange. Warum mal bitte... Ah, da oben ist die Liederkiste. So. Weg, weg, weg. Das sind zu viele davon. Brauche ich die in meinem Inventar gerade für irgendwas? Wüsste nicht für was. Holzkisten können weg. Seid ihr MK3-Roboter? Ja, die soll jetzt auch mal raus. So, ein paar davon weg. Einzelne verdoppelte Sachen weg. Batterien brauche ich nicht mehr. Repairpack brauche ich nicht so viele. Okay. Strom. Ich denke, ich bereite jetzt mit dem Strom vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Boiler benutzen möchte. Die sind zwar stark, aber zumal sind sie riesengroß. Zumal haben sie nur einen Slot für eine Verbrennressource, die wir beliebig herstellen können quasi. Ja, ist okay. Also müssten wir jetzt vorbereiten für den neuen Komplex. Mehr von diesen Boilern. Genug von... Was war die Vorstufe? Die da. Oder? Nee, das sind schon die jetzigen, die wir da haben. Das da wäre die Vorstufe. Oh. Alternativ könnten wir komplett anderes Stromsystem aufbauen, wie zum Beispiel Atomreaktoren. Wart mal. Da. Was? Atomics. Nein, das ist wieder was anderes, oder? Fuel Cell C. Trade Tank Trailer. Nein. Wo baue ich einen Atomreaktor? Bigger than normal. 5,3 Generator S. Er stellt 7,9 MW. Aber ja, durch was? Sind das da unten schon Atomreaktoren? 22 MW. Das ist krass. Okay. Modified Substation. Nein. Akkus. Nein. Hm. Das sollten wir vorhin alles automatisieren. Also sowohl die Pellets als auch die ganzen anderen Yuuki-Sachen. Die sollten wir automatisieren, bevor wir da irgendein neues Projekt angehen. Also ehrlich gesagt bin ich nicht motiviert, jetzt das hier umzubauen auf die Vorgängerversion, wenn wir in 5 folgenden eh auf irgendwelche abgefahreneren Yuuki-Generatoren umsteigen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht wüsste, wo das ist. Also ich habe schon mehrfach diese komischen Uranzellen und was weiß ich alles gesehen. Aber ich wüsste jetzt nicht, welcher davon von den ganzen bunten Sachen hier der eigentliche Atomreaktor ist. Oder ob das zigtausend Subkomponenten sind. Also ganz viele Fabriken, die dann ineinander greifen, um denn da draußen einen riesigen Reaktor zu machen. Ja, wie gesagt, das muss erstmal alles automatisiert werden. Das heißt, das mache ich jetzt nicht. Ich mache stattdessen, denke ich mal, den Replicator Park. Ja, also ein Teil davon zumindest. Das sind jetzt 14 Replicator, die ich habe. Und ich fange einfach hier oben an. Das heißt, wir verfolgen einfach weiter dieses Muster hier, aber mit Replicatoren statt mit den Dingern da oben. Und das ist immer ein Feld dazwischen Platz. Also da, da, da. Und wir haben dann nur eine Ausgangskiste. Und das war's. Achso. Und dann hier, da. Also ich könnte es kompakter bauen, aber ich lasse es erstmal. So. Dann hätte ich gern jeweils immer ein Ärmchen und eine rote Kiste. Da ich faul bin, mache ich da raus ein Blue Crunch. Und beschränken muss ich da gar nichts, oder? Die können ja ruhig durchgehend arbeiten. So, Produktivitätsmodul 2 ist erforscht. Das ist gut. Dann machen wir den Grünen weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die unbedingt brauchten, aber schaden wird's nicht. Nee, komm. Gucken wir kurz nach. Ich hätte gern demnächst das da. Und dafür brauchen wir doch die Grünen. Oh, okay. Dann waren die Rosanen wohl doch nicht ganz so wichtig für die Rüstung. Aber sie werden nicht schaden, denn Produktivitätsmodule kann man doch recht gut benutzen. Dann muss ich die Sache nicht immer alle im Inventar craften, in der Hoffnung, dass sie sich verdoppeln. Dann mit den Produktivitätsmodulen verdoppeln sie sich auf jeden Fall später. So. Jetzt muss ich mir nochmal genau über... Oh, wie hakt die Mauskarte? Jetzt muss ich mir wirklich überlegen, was will ich überhaupt hier in diesem Park replizieren? Holz war eine Sache. Das hatten wir schon angesprochen. Also wir haben gerade riesige Vorräte. Das heißt, wir werden nicht so viel brauchen, wie gedacht. Und wir werden jetzt nicht hier einen ganzen Komplex brauchen, nur für Holz. Weil wir hatten spaßeshalber mal ein paar davon aufgebaut und die haben so dermaßen viel Holz produziert, dass wir jetzt bei 10.000 da rumlungern. Also Holz werden die zwei erstmal reichen. So, wir könnten Tinnen herstellen. Also wir haben unten noch ein Lager, ein Feld, gerade frisch erbeutet. Aber das wird nicht ewig halten. Das heißt, langfristig werden wir hier auch das umstellen müssen auf gewisse Metalle. Aber das ist langfristig. Jetzt hätte ich erstmal kurzfristig oder mittelfristige Sachen ganz gerne. Das heißt, wir könnten... Brauchen wir nicht. Wir könnten Steine replizieren. Äh... Also wirklich viele tolle Sachen haben wir gar nicht, die wir herstellen könnten. Das verwundert mich jetzt noch ein wenig. Ich sage kurz die Forschung, was wir da so tolles machen könnten. Die Steinsiegel. Die brauchen wir auch nicht, weil wir können sie recht schnell einschmelzen. Engines. Rote Engines. Das wäre praktisch. Dann sparen wir uns die gesamte Geschichte mit dem... Lubricant und so weiter. Das heißt, wir könnten die Ölsache dann noch mehr ignorieren. Munition nicht. Flying Frames könnten wir auch replizieren. Plastik. Rubber haben wir leider nicht, ne? Ne. Oder Plastik. Ja. Die paar Sachen. Bis dahin lasse ich die mal an Kupfer arbeiten. Weil ich glaube, unsere Kupfer-Furräte waren nicht so riesig gerade. So. Das ist jetzt der Anfang von dem Replicator-Projekt. Aber, ne? Brauchen wir anscheinend doch nicht so viel, wie ich dachte. Wahrscheinlich später, wenn wir noch bessere Forschung haben und noch besser Replicator, dann kommt da noch einiges hinzu. Wie zum Beispiel Alien-Atefakte. Oder die roten Chips. Wobei ich doch nicht weiß genau was das denn sind. Das müssten denn ja die... die weißen sein, umgerechnet. Und das da wären dann die grünen. 100 Alien konnte jetzt. Das wird schon mal eine Weile dauern. Du bist fertig. Gleich weiter auf Stufe 2. Wir brauchen dich auf Stufe 3. Also Replicator nicht. Strom nicht. Das ist das Einzige, was jetzt noch so bleibt an den größeren Projekten, die ich angehen wollte. War das mit den Fabriken. dass wir die ordentlich aufbauen. Das muss allerdings ebenfalls gut vorbereitet werden. Ich hätte gerne davon ein paar. Und ich hätte gerne... Landfill. Irgendwo hier. Landfill. Und das andere Landfill, falls wir das auch noch haben. Und dann mache ich hier die... Dinger dicht. Abdeckung haben wir hier. Gott sei Dank ist alles okay. 277 Landfill brauchen wir. Äh, ja. 268 brauchen wir. Und wir haben... 264. Okay, stell bitte Landfill her. Hat sie sogar verdoppelt, yay. So, ihr lasst es bitte nicht crashen. Ich weiß, manchmal crasht das, wenn man zu Flub einmal macht. Ne, okay. Gute Idee. Das heißt, hier unten kommen jetzt die Fabriken hin, die dasselbe herstellen wie oben, nur schöner sortiert. Was jetzt nicht so ein wirklich wichtiger Bereich war. So. Wir haben keinen Blueprint von nicht eingestellten Fabriken. So. So, okay. Das muss ich gleich umändern und ein neues Blueprint davon machen. Also es ist kein so wichtiges Projekt, was wir jetzt gerade herstellen. Aber ich möchte es zumindest schon mal so ein bisschen anfangen, damit wir da später dran arbeiten können. Was wichtig wäre, was ich gleich im Anschluss machen werde, ist sicherzustellen, dass wir noch grüne Platten haben, dass wir noch Superconductor haben. Genau die. Und dementsprechend genug einen Konto uns herstellen können für alles spätere hier. So. Die müssen weg, 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 weg. Das muss alles her. Und davon hätte ich jetzt gerne mal als Blueprint. Das ich auch hoffentlich mal behalte. So. Das jetzt bitte alles voll mit Fabriken. So. Was kommt jetzt hier hin? Womit fangen wir an? Ich würde sagen, also Edelsteine haben wir schon hier. Moment mal. Hier ist ein zu großer Abstand. Das ist ein Zweifelder Abstand. Egelsteine hätten wir schon mal hier. Tränke zum Beispiel. Wobei, wir haben ja noch Tränke, oder? Ist kein Argument. Ich hätte gern alles für Tränke. Da. Rote. Und zwar Schiff rechts. Schiff links. Schiff links. Dreimal rote. Und dreimal grüne. Und dreimal hellblaue. Die Lerne bräuchten wir jetzt keine drei Fabriken, oder? Ja, es dauert recht lange, das zu machen. Also, warum nicht? Außerdem ist das ja eh größtenteils hier optisch und nicht wirklich wichtig. So, die sind alle beschränkt. Auf drei Stacks jeweils. Ähm, du brauchst Kupfer und Steinzahnräder. Kupfer, Steinzahnräder. Ich bin mir ebenfalls bewusst, dass das jetzt nicht optimal ist, was die Reisedauer der Roboter angeht. Also, die müssen jetzt von da oben, wo die Kupferplatten und so weiter hergestellt werden, nach hier unten fliegen. Aber das wird sich später alles in Wohlgefallen auslösen. Sobald wir noch schnelle Roboter haben und noch mehr Transportkapazität und so weiter. Da müssen wir uns jetzt echt keine Gedanken drum machen. Was bist du? Modul Mainboard. Das ist wieder was anderes. Ähm, Die brauchen wir im Forschungslabor. Woher kriegen wir ein Modul Mainboard? Ach so, die haben wir irgendwo. Warte mal. Ja, fordern wir an. Zehn Stück davon oder so. Also, ich bin relativ sicher, Ich bin mir relativ sicher, dass wir die automatisiert hatten. Okay, Ärmchen und Fließbänder. Natürlich hätte ich jetzt auch nach oben laufen können und einfach direkt von da das runterkopieren. Aber ich denke, das geht so schon ein bisschen schneller. So, so, so. Du brauchst, du brauchst viel Batterien, weiße Chips, grüne Ärmchen, Stahl. Weiße Chips, grüne Ärmchen, Batterien, Stahl. Ich hoffe, das war jetzt die richtigen Batterien. Ja, Batterien. Okay, Shift rechts, Shift links, Shift links. So, und euch. Euch schließe ich jetzt noch nicht an. Tut mir leid und so, aber ihr dürft erst arbeiten, wenn wir, keine Ahnung, 30% Produktivitätsmodule haben oder so. Was wir jetzt schon hätten. Weil jeweils einer davon macht 10% und es passen hier 5 Stück rein. Also hätten wir 50% Produktivität. Ha. Ja.